Guck mal, da sind Süßigkeiten. Ihr könnt ja eigentlich alle selber fressen, ne? Nehmt's euch, wie ihr lustig seid. So, hier, bitteschön. Bitteschön. Da sind die beiden ja wieder. Jetzt gemundet? Freue ich mich doch. Ach du Scheiße, wie glücklich bist du denn, Cybers? So. Was ist das jetzt hier wieder? Ausrückser hier. Ich glaube, die brauchen, also die Nude Guts brauchen viel, ach, was mach ich denn da? Viel tiefes Wasser. Daher. Da werde ich das jetzt alles mal ein bisschen, ja, vertiefen. Ich hoffe, die Piñatas können nicht ertrinken. Wäre schon scheiße. Na ja, ich rette dich. Ja, das gefällt dir, ne? Ich denke, wenn ich das dann trennen mache. Hm, das wird dann wenigstens. Ja, Karten ist auch glücklich, das freut mich. Dom ist ziemlich zufrieden. Rushberry Schilter ein bisschen Lecke. Mach du mal. Oh ja, Chico. Presse du mal. Nomm, nomm, nomm Hat geschmeckt, he? Du Peluri Das gefällt dir, he? Was denn? Was? Was geht denn um? Was? 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 Hallo? Hallo? Raus da! Sofort! Ich fass es nicht. Nee. Freut mich für dich. Ich hasse es, ich hasse es wie die Pest. Ey, wehe, du gehst ja jetzt rein. Ey, den schließe ich ein. Da hab ich kein Problem, den schließe ich ein. Ähm. Guten Morgen! Wie geht's uns heute? Helfer fußt munter und in der Richtung eine... Alter, nee! Ver... Piss dich jetzt! Verdammte Hacke! Gleich hole ich die Schrotflinte raus! Mann! Erstmal die gleiche Scheiße! Das nervt! Halt doch mal die Klappe hier, du festliches Weibstück! So, der kann jetzt zusehen wie er rauskommt! Ah, er teleportiert sich einfach mal! Das ist ja auch voll logisches! Das ist ja drinnen krepieren müssen, der Typ! Ey, ich hätte jetzt auch angeklickt bleiben können, aber das wär voll scheiße gewesen und so! Fast hätte ich's verkauft, Digga! So! Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Der Brombeerstrauch macht's nicht mehr! Jetzt will man einen neuen... Ah, voilà! Brombeerstrauch kaufen! Der war anscheinend hinüber! Moin! Tja, das freu ich mich auch manchmal! Was habt ihr Neues bekommen? Sonnenuhr, Schick, Schwärz, Grabstein! Vielen Thanks! Also was ich mit erdigen werde, ist wegen Geduld! Ähm... Ich wollte einen Brombeerstrauch sagen! Den Namen genau zu sagen! Genau! So! Einpflanzen, Directly! Ich bin zwar ein bisschen am Seichen, aber ich gieße jetzt trotzdem mal hier! So! Das ist erledigt! Chuckle scammelt immer noch da rum! Kaufen! 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 so und eine bestimmte Person möchte jetzt auch wieder loswerden weil so unbedingt wird es jetzt nicht gebraucht nochmal ein Klack aufs Weg das gefällt mir schon eher ja Donut habe ich jetzt auch wieder nicht mehr gesehen mehr verwoll seit wann mögen Katzen Wasser so weil ich sie gerade vor dem Feuer gerettet habe tja puh also ähm und was sagt ihr zu was sagt ihr zu dem kleinen Weg zum Garten finde ich doch das ist doch cool oder mir gefällt es Salvas ist immer auch überglücklich hier Salvas sind jetzt also die 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 Füchse sind jetzt die Einzigen die noch nicht gerammelt Hallo Perwoll äh Füchse sind jetzt die Einzigen die jetzt noch nicht gerammelt haben ähm ähm fechte Mächte gehabt haben Bunnicoms haben die Squassles haben die Worms haben schon mehr als einmal die Raisins ein das Honig von Raisins wollen wir das mal machen komm ich kaufe jetzt mal zwei Gläser Honig Stachelbeere auch cool immer die Stachelbeeren immer die Stachelbeeren ähm dann machen wir mal hier hin oder? Stachelbeeren cool einmal hier noch besauen achso baaah ich Idiot Entschuldigung ich dachte ich wäre jetzt äh ganz woanders ne pass auf bisschen voll scheiße ja ne ist klar äh das verkaufen das verkaufen das brauche ich jetzt nicht unbedingt ach du scheiße ja mein Garten ist wirklich tatsächlich voll das guck rau das guck rau das guck rau es geht gar nicht das guck rau das guck rau gar nicht nix die d das guck rau das guck rau so Brombeerstrauch wollte ich noch. Und was wollte ich noch? Ich wollte doch noch irgendwas. Guten Morgen. Wie wäre es mit etwas Ähnlichem? Achso, Honigglas wollte ich gleich holen. Genau, Honigglas. Ähm. Das ist ja so ein Stachelbärenstrauß oder sowas jetzt. Aber das ist ja ganz normal, oder? Doch. Schön war Strauß. Wenn ich gefällt, können wir ihm auch woanders hinknallen. Ist ganz klar. Kennen wir ja. Und. Jetzt wollte ich Honig. Zwei Gläser Honig wollte ich holen. Musst du doch hier kriegen, wa? Zwei Gläser Honig. Die platzieren wir jetzt ganz unauffällig. Hier hin. Erntearbeiter. Wuhu. Schön 20 Gamescom-Punkte jetzt bekommen. Oh, und Sparrow Mines haben wir auch. Drei Stück. Da können wir auch eins loswerden von. Ich finde es schade, dass man im Polenbad nichts reinlaufen kann im Wasser. Ja, dann nimmt irgendwie den Wert. Ja, das ist jetzt ein Wege. Das ist jetzt ein Wege. Da kann ich schon nötig watzen. Was war denn das? Ähm. Ähm. The Raisins. Frase das. Du, Frase das. Ja, direkt hier in die Höhle rein dödeln. Du, Blöd. Weck da. Ich kann das nicht fressen. Ich hab sogar das Glas gleich mit gefräsen. Digga! Was ist denn da drinne? Schönheitsschlaf oder was? Ähm. So, von welchen hatte ich jetzt drei Stück? Können... Squassels waren das, ne? Ne. Von den Squassel hab ich eben gerade erst verkauft. Sparrow Mines 1, Sparrow Mines 3. Entschuldige, Digga. Ah, du bist... So gut wie verkauft. Das war's.